Die Klausurenphase in deinem Wirtschaftsingenieurwesen-Studium steht bald an. Du weißt, es wird ultra stressig, du hast das Gefühl, die Welt geht halb unter, hast vielleicht sogar zwei oder drei Versuche. Wenn du den nicht bestehst, hast du noch eine Chance maximal oder wirst sogar exmatrikuliert. In dem Video erkläre ich dir, wie ich es in meinem Studium geschafft habe, von einem gestressten Studenten, der mittelmäßige Noten hatte, zu einem sehr guten Studenten zu werden, der ganz entspannt durch sein Studium durchgekommen ist. Zuerst mal ist es wichtig, dass du verstehst und das möchte ich sagen, dass diese ganzen Instagram-Tipps oder generell auf Social Media diese toxische Positivität dir langfristig nichts bringt. Das kann mal schön und gut sein, irgendwie zu manifestieren vorm Spiegel, dass man die Klausur besteht und der Beste ist die Beste, was auch immer. Aber du musst eine gewisse Resilienz aufbauen. Du darfst nicht direkt bei einem Tiefschlag oder einer durchgefallenen Klausur, ganz konkret gesagt, wie eine Fahne im Wind umfallen. Also eine gewisse Härte und Resilienz musst du im Studium aufbauen. Du wirst auch nach deinem Studium einen Job machen, der Verantwortung mit sich bringt. Dafür wirst du auch sehr gut bezahlt. Deinen Job kann nicht jeder machen. Du bist im Regelfall unersetzlich, wenn du es richtig anstellst. Also einen gewissen Preis musst du dafür bezahlen. Meinem Eindruck nach, beziehungsweise meiner Erfahrung, dadurch, dass ich bei Bosch auch schon in einer Firma länger gearbeitet habe, bei Daimler Praktikum war, bei vielen kleineren Firmen noch, du brauchst eine gewisse Resilienz, also ein dickes Fell. Es bringt dir nichts, wenn irgendein Professor oder Kommilitone dir mal Kritik gibt, fachlich oder sachlich, und du hast direkt einen halben Nervenzusammenbruch. Ja, das ist die wichtigste Grundlage für alle Tipps. Zweite Sache, die ich dir mitgeben kann aus meiner Erfahrung. Frag dich mal, ob es faktisch oder emotionaler Stress ist. Was meine ich jetzt damit? Es gibt ja einen riesen Unterschied zwischen, ich bin komplett alleine, muss mich alleine finanzieren. Wenn ich jetzt durch mein Studium durchfall, habe ich ein Problem, weil ich habe nur noch diesen einen Versuch, dann wird mit meinem BAföG gestrichen. Dann hast du schon faktisch ein Problem. Es gibt sicher noch schlimmere Probleme, aber sagen wir jetzt einmal mal, du hast faktisch ein Problem. Also du musst dann neues Geld beschaffen, musst vielleicht erst mal ein Jahr arbeiten, du hast niemanden, der dich unterstützt, oder hast du ein emotionales Problem. Weil diese beiden Sachen schmeißen Studenten häufig in einen Topf rein, das ist das Problem ist. Mit fachlichen und sachlichen Problemen geht man anders um, als mit emotionalen Problemen. Also ob es fachlich, faktisch ist, egal. Du hast einfach ein Problem, wo jeder nachvollziehen kann. Ein emotionales Problem wäre, hey, ich habe einfach Panik, sobald ich daran denke, eine Aufgabe zu lösen. Das ist jetzt kein faktisches Problem. Da können sich nicht so viele faktisch gut reinversetzen. Das ist eher emotionaler Herkunft dann in den meisten Fällen. Ein faktisches Problem löst du, indem du dir für das Worst-Case-Szenario einfach schon was überlegst. Das ist die Ninja-Methode, nenne ich die. Dass du immer, wenn dieses Worst-Case-Szenario eintritt, sagen kannst, okay, passt jetzt. Ich habe mir eine Lösung für überlegt. Ich kenne meine Optionen alle. Ist auch halb so wild, wenn ich jetzt irgendwie durchfalle. Ich muss vielleicht ein Jahr arbeiten oder ich kann den Studiengang wechseln, ich kann die Uni wechseln. Dass du dir einfach mal Möglichkeiten aufbaust, das beruhigt meistens schon. Ein emotionales Problem hingegen ist in den meisten Fällen nicht so leicht zu beheben. Also wenn du Panik vor der Klausur hast, wenn du an Mathe denkst und du kriegst direkt Schweißausbrüche oder an den Professor ans Durchfallen, dann hast du im Regelfall ein tiefer sitzendes Problem in Anführungszeichen. Man muss jetzt auch nichts übertreiben. Also ein Problem nicht im Sinne von morgen geht deine Welt unter, sondern einfach was, wo man mal genauer hinschauen muss. Im Regelfall ist es dann irgendeine Überzeugung, die du von dir selber hast, wie zum Beispiel, hey, ich bin generell nicht gut genug. Ich habe in der Vergangenheit mir auch mal Mühe gegeben und dann hat es nicht geklappt. Und das war als Kind für dich bestimmt super dramatisch, aber du musst halt heute verstehen, du bist kein Kind mehr, du bist im Studium. Wenn mal was nicht so funktioniert, wie du dir es vorstellst, dann ist es nicht direkt so, dass deine ganze Welt zusammenbricht, wie man das als Kind vielleicht noch denkt, sondern du bist halt einfach nur durchgefallen. Der Professor kennt wahrscheinlich nicht mal deinen Namen, es interessiert niemanden. Ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, sondern der zweite Tipp, einfach wichtig für dich, können wir mal ein ausführliches Video länger dazu machen, fachliche beziehungsweise faktische Probleme unterscheiden sich von emotionalen Problemen. Das kannst du dich mal trennen und dann kannst du dich auch richtig behandeln. Dritte Sache, wie du mit dem Stress umgehen kannst in deinem Wirtschaftsingenieurwesen Studium. Schau, dass du dich regelmäßig belohnst. Lern dich die ganze Zeit durch und mach dann nichts mehr anderes, sondern belohne dich mit einem Spaziergang. Geh was essen mit deinen Freunden, setz dir irgendwas in Aussicht, wie einen Urlaub oder sonst irgendwas, was du dir schon länger gönnen wolltest. Nach deiner Klausurenphase, ein MacBook, ein neues, was auch immer, womit du dich motivieren kannst. Wenn die Klausurenphase rum ist, dass du etwas hast, wo du sagst, cool, da freue ich mich jetzt drauf, da kann ich drauf hinarbeiten, weil am Ende von der Klausurenphase passiert halt im Regelfall nichts. In einem Berufsleben ist es so, wenn du ein Projekt abschließt, bekommst du bei erfolgreichen Abschluss meistens noch eine Provision, Bonus, was auch immer. In dem Fall bekommst du halt eine gute Note. Das ist jetzt zwar auch teilweise befriedigend, aber steckt natürlich nichts so wirklich direkt Greifbares dahinter. Also belohne dich auch wirklich für deine Erfolge beziehungsweise für die Zwischenerfolge, für die Meilensteine, die du dir setzt, weil dann hat dein Hirn nochmal einen ganz anderen Anreiz und der Stress sinkt im Regelfall auch. Ich fasse es nochmal zusammen. Bau die Resilienz auf, also fall nicht direkt bei jedem kleinen Rückschlag um wie eine Fahne im Wind. Schau, dass du faktische von emotionalen Problemen trennst, weil der Umgang einfach anders ist und versuch, kein emotionales Problem dir faktisch irgendwie schön zu reden. Wenn du ein emotionales Problem hast oder beispielsweise mit einer Angst, kann man es ganz gut begründen. Der eine hat Angst vor Autofahren, der andere vor dem Fliegen, die nächste vor Spinnen und nochmal eine vor Asphalt generell, was auch immer. Eine Angst ist ein emotionales Problem und muss anders behandelt werden wie ein rationales oder ein faktisches Problem. Und die dritte Sache, schau, dass du einen Ausgleich findest. Das ist so wichtig. Geh in einen Spaßpark, geh mit deinen Jungs was essen, mit deinen Mädels. Mach, was auch immer dich happy macht, was für einen Ausgleich sorgt, dass du auch mal, sag ich jetzt mal, die Sau rauslassen kannst. Nicht, indem du dir 10 Cocktails reinknallst, aber einfach mal ein bisschen Scheiße labern auch mit den Jungs oder den Mädels. Das hat mir immer gut getan. Egal, was du machst, schau, dass du langfristig gut aus deinem Studium rauskommst und nicht mit einem Burnout am Ende des Tages dastehst und dann ins Berufsleben startest und deine mentale Gesundheit geopfert hast. Also wenn du schon an so einem Punkt bist, wo du sagst, hey, Noten passen zwar, aber meine mentale Gesundheit leidet drunter oder meine Zeit leidet enorm oder vielleicht passen die Noten noch nicht mal, sei es drum einfach unter dem Video mal für ein kostenloses Erstgespräch beworben. Haben schon tausende Studenten gemacht. Du verfolgst uns sicher auch schon länger. Deswegen klick einfach mal drauf. Wir sagen dir auch ganz schnell, ob wir dir helfen können oder nicht. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg für dein Studium. Alles Gute. Dein Valentin. Ciao.